Ich habe einen landwirtschaftlichen Betrieb mit 150 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche. Wir haben ca. 100 Mutterkühe und die weiden dann halt hier im Naturschutzgebiet Nute-Nieblitz-Niederung. Die Wettersituation lässt uns Landwirte eigentlich recht freudig stimmen. Trotz alledem macht uns doch auf der politischen Ebene Sorge, dass viel mit Halbwahrheiten und Unwahrheiten agiert wird und uns im Prinzip die Arbeit vor Ort weniger Spaß machen lässt, weil wir mit Themen konfrontiert werden, die eigentlich unnötig sind. Und von daher ist es uns auch wichtig, dass wir auf Leute treffen in der Politik, die versuchen diese Themen, die wir aufwerfen auch wirklich zu verstehen und dass man denn mit wissenschaftlichem Hintergrund die Themen angeht und auf vernünftige Lösungen setzt. Mein Name ist Jens Schreinecke, ich bin Landwirt und Vorsitzender des Kreisbauernverbandes. Ich unterstütze Saskia Ludwig, weil ich weiß, dass sie für die Themen der Landwirte und auch der Bevölkerung im ländlichen Raum immer ein Ohr hatte und mit Sicherheit haben wird.